Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, werte Gäste, zum heutigen Buchspiel in der Landesklasse Ost zwischen unserem SV Wesersaal und dem SV194-Gregenweiß-Kramenau. Ich darf ganz herzlich unsere Gäste, Frau Kramenau, hier in der Räufgott-Gregenweiß-Kramenau heißen. Das ist die Spielminute. Unsere Gäste gegen 1 zu 0 in Führung, Torschütze mit der Nummer 21, Max Herrmann. Ja, das kriegst du nicht mehr. So, dann befinden wir die Gäste mit 1 zu 0. So, dann binden wir die Gäste mit der Nummer 21, Max Herrmann. So, dann binden wir die nächsten Läder. Und dann haben wir die Gäste mit der Nummer 21, Max Herrmann. So, dann bedenken wir die Gäste. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.